Ah, ich habe jetzt noch ein Outfit. Oh, sehr schick. Ist ja immer noch so aus wie vorher. Oh, geil, geil! Was war das jetzt? Das war wieder so ein Goblin mit Bomben auf dem Rücken. Die gab es im ersten Teil ja auch schon. Oh, da hätte ich es eigentlich... Ja, die waren sau lästig. Die waren sau lästig eigentlich. Ja, aber... Die waren sau. Ups, was? Ich bin tot. Wärst du so freundlich? Naja, eigentlich ungern. Ey, Simon ist so. Na ja, das schaut irgendwie ganz lustig aus. Was wollen wir jetzt hier eigentlich? Alter, willst du mir das heimzollen, wo? Na, du kannst auf mich ruhig dieses Feuerding machen. Das ist egal. Ja, ich habe jetzt auch gedacht. Bin tot. Ich bin tot, danke. Oh, komm, 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 komm. Zieh, 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 zieh. Muss, muss, lass mich los. Ah, vier, vier, vier. Ah, runtergeworfen. Aber Rugo macht das, guck dir das an. Backer. Ähm, ich bin ja weg. Ähm, ich spielte jetzt von mir. Ich bin tot, wiedergelebt. Vier. Returner. Returner. Ah, Arschloch. Ah, Rugo ist auch wieder da. Alter, ist Rugo. Fleisch, neue Waffe, wir können Fleisch brauchen. Cool. Geil. Da liegt auch schon wieder so ein Narrenstab. Geringer Feuerschatten, geringer Feuer. Alter, nee, den nehme ich nicht. Nehm lieber mal Schwert. Ähm, das. Das ist voll geil mit diesem Feuerschild, ey. Alter, das geht voll entspannt. Das ist ein neuer Abschnitt, wa? Ich bin bereit. Kann kommen, was will. Ich bäm, das weg, ey. Ne, ich genauso. Da geht, da rocken schon wieder, wa? Hä? Was, jetzt, ja. Da rechts kommen Kratten. Ah, gucken. Ja, da kommen sie. Äh, Pummi sterbt gleich. Hilfe! Kann ich mit Feuer heilen, hä? Ja. Schau mächtig. Ähm, wieso bin ich so langsam? Ah, ich bin eingefroren. Okay. Ähm, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen das Tor da aufmachen, wa? Ja. Alter, wie lange braucht das, dass das Truppen ist? Oh, hart. Ja, ich kann noch gegenheizen. Jetzt können wir ja bloß von hinten erwischen. Ähm. Ähm, okay, bin froh. Einmal wiederbeliehen, bitte. Okay. Surrender! Alter, die sind Eisbeschütte. Ja, da bringen die Feuer ab. Sie der beleben? Ja, ja, sie kommen. Return on! Noch so'n fetter, alter. Ich lasse es aber ganz schick ran. Weißt, was ich für böse Vorahnung hab? Ha? Dass wir das aufmachen müssen, während sie hier kommen. Hm, hm. Ja, verrecke. Ähm, leck den nochmal ab. Ja, weil jetzt kommt der Neuer. Müssen wir das aufmachen. Ich lenke die hier mal ein bisschen ab. Was ist denn da? Alter, lass dich los. Alter, lass mich los, du dreckst. Mach weiter. Mach das Ding auf. Alter, das ist ja lästig, die Stelle. Alter, läd mich im Arsch. Okay, dann mach ich ja auch, was? Alter! Ich hab' zwei große Krieger. Scheiße. Ich bin tot. Ich bin eingefroren. Wiederbelebt. Ja, ist doch da. Nee, ist nicht da. Aber der Moppel macht das. Ich denke da, dass ich das wieder mit dem Dingel stehe. Ehm. Ah. Ääh. Ich bin schügelig. Äh. 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 Ja, Link, die ab! Top! Ja, haha, ich bin top so gut wie... ...tot! Ey, Link ist so ein Scheiß! Ich bin tot! Link mir! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich kann dich auch damit! Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ey, das check ich gerade mal so gar nicht! Ja, wenn du den Sticker aufmachen, während die Sticker auf uns reinklöbeln... ...gehe mal stark da voraus! Ich bin tot! Ja, ich auch! Ja! Huch, bin raus! Bin rausgeflogen! Warum hab ich das Ding getan? Ernsthaft? Jo! Hallo! Jetzt noch einmal drückt, dann... ...heiße! Ähm... Kann ich dich hier so einladen? Ich hab dich eingeladen, das war voll sinnfrei, das wollte ich ja gar nicht! Ja, okay, ist wirst! Aber dann machen... ...aber dann müssen wir das ganze Kapitel neu machen, oder? Nein! Wie lange spiel'n wir schon? Äh... Neun Minuten... Ja guck, bei mir wär'n wir jetzt wieder ganz am Anfang, das ist ja sinnfrei! Ähm, machen wir da noch einen kurzen Cut und... Wie langt pámin... Ja jajajaja, ich bin... Ja jajaja, ich bin... Ich bin tot! Ne, bist du nii.... Ja, es ist tot! Alter, los, 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 los! Boah, Alter. Ja doch, warum nicht gleich so? Wir haben meinen guten Drehkünsten, ne? Ja, ja, natürlich. Im Hobeln, einsame Spitze. Alles aus dem Unterarm. Alles klar, läuft. Seh ich genauso. Machst du schon irgendwie weiter, oder was? Ach so, ja, so, die drücken, gell? Wer war's denn? Brauchen wir grad so. Boah, zum Glück sind wir die scheiß Krabbenlose, die sind mehr so auf dem Geizkick. Ne, das sagst du was, ey. Weil die ist ein Feuerschild immer gut brauchen. Ja, ja. Dies sind wir neu. Ja. Alter! Geh mit denen. Alter. Alter. Kommt der, scheiße. Ich bin tot. 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 Wir leben uns wieder. Mich. Ich muss noch einen Moment warten. Jetzt. Was geht denn hier ab, Alter? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Alter, was ist das denn da für ein Häppel? Alter, ernsthaft? Schwupp, runtergefallen. Läuft. So, was haben wir hier? Ich bin gespannt. Ach, da ist schon alles in der Höhle. Noch ein Tagebuch, Frau Fein. Die Leute können einfach nicht auf ihren Papierraum aufpassen. Wie, Tag 6. Vielleicht ist es die monolithische Architektur des Ortes, die uns nervös macht. Ein Schauer jagt uns den nächsten. Schlafen können wir auch nicht. Der arme Randolz zeigt eine zunehmende unerklärliche Erschöpfung. Sein Betrag ist nachlässig und er fühlt sich kalt an. Na, das konnte ich nicht mehr lesen. Röttisch. Gehen wir nach unten oder nach rechts? Egal. Wir müssen rechts, also müssen wir nach oben. Wir müssen nach rechts, also müssen wir nach oben. Ja, läuft. Buch? Ach, Blitz und Tod, meine Fresse, ja. Cool, ich hab's geschafft. Ernsthaft, was wollen die denn alle von mir? Die halten so jetzt da los, Leute. Ich bin tot. Hey, der starb. Cool. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Boah, ist es ja. Das ist das Schädel, ey. Oh, lieber Feuer-Schild wieder. Ja, klar. Sicher. Sicher. Na, Logen, alter. Komm hier, friss dies. Das ist Viech. Ähm, wie war das? Wie war das nochmal Schild und dann... Gut, drei drüben. Das hat mich schon wieder, ey. Jetzt wirft's mich gleich da runter. Nein, ich geh, ey. Nein, da. Ich glaube, ey. Ähm, lebst du noch? Ja, ja. Ich grill das Viech von hinten. Äh, ich bin tot. Beleg mich wieder. AAAAAAAH! Bitte! Backe! Bin tot. Ähm, bleibst du mich. Ähm. Backe! 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 Jawoll! Das Viech jetzt, jawoll! Aber das ist nicht gut, mach! Alter! Wer lacht da so dreckig? Können wir in die Höhle rein? Ja, auf geht's. Hm. Mysteriös. Feuer. Schick, schick, schick. Alter. Ähm, das finde ich jetzt nicht so toll. Geh weg, geh weg, geh weg. Ey, da ist es nicht. Danke. Ähm. So, geh mal weg. Okay, belegg mich wieder. Kann ich grad nisch. Jetzt? Hm, gleich. Jetzt? Jetzt. Fertöne! Danke. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ähm, ARK, äh, mit Hallen und Flips, dann kannst du's geil machen. Zupender! Jo, ich bin wieder da. Top. Danke. Return up! Ja, weil dir nicht immer das Feuerstück dabei hat. Na, das ist, das ist wichtig. Überlebenswichtig quasi. Ja. Du hast mit unserem eigenen Kameraden getötet. Ich bin runtergefallen, ernsthaft. Oh, da ist ein Goblin. Was will denn der? Ja, ich bin runtergefallen. Ja, ich bin runtergefallen. Ich wollte mir ja Spaß, diese eigentlich. Habt's ja eh keine Chance. Du hast da so ein Stein vom Latz geknallt. Oh, scheiße. Return up! Hä? Ich bin doch vollgas runtergerauschen. Ähm... Juh! Ich bin dein Leben. Du sieh! Return up! What the f- F- Das war jetzt sauglöd Dämliche Bombe, dämliche Das war scheiße, wa? Merkst Ja, das war ja ein Goblin Das war scheißegal, ich geb einfach dir die Schuld So, geh sterben, Drecksack Alter, gehts genau, hau noch n rein, komm mit Pisten, Pisten, Pisten Geht doch Ja, haben wir super gemacht, wa? Ja, super, sehr souverän Sollten wir es geplant hätten Boah, Alter, wie das bei mir hängt Und langsam läuft das Spiel Das ist so unnormal Fresse Wollte ich das gerne an den Leuten haben, oder? Ja, klar Ja, echt darf ich es ja nicht, dann muss ich das ja hier ausleben Ähm Ich sterbe Ich warte mich da jetzt einfach mal voll hinten Bin tot Boah, volle Brüder, ey Ja, geht sterben und wegsitiert Kommt gleich, kommt gleich Kommt, da ist er Zipendi Zipendi Bin tot Oh, das bist du Entschuldigung Der ist jetzt abgekaut, hast du gesehen wie der weg drin ist? So, was meinst du, warum hier mal einen kurzen Cut? Ja, könnte man machen, denke ich Stell mich ins Feuer zum heilen Oh, weg ist es Okay, alles klar Dann bis zum nächsten Part Ciao Leute Servus